Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Wort Bio oder biologisch ist in den letzten Jahren fast etwas strapaziert worden. Das wird sich von jetzt an aber ändern. GOP offeriert ihnen nämlich seit Mitte Januar ein Bio-Vollmilchjoghurt, das diese Bezeichnung auch wirklich verdient. Die Bauern, die die Milch für die feinen GOP-Biojoghurt liefern, halten sich an streng in Richtlinien. Auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel wird komplett verzichtet. Gentechnologische Eingriffe zur Steigerung der Milchleistung sind beim biologischen Landbau absolut verboten. Und artgerechte Tierhaltung ist sowieso eine Selbstverständlichkeit. Produkte wie das GOP Bio-Vollmilchjoghurt, die nach diesen strengen Richtlinien hergestellt wurden, werden mit den Bio-Knospen speziell gekennzeichnet. Wenn Sie also das Gütesigel auf einem Produkt sehen, dann haben Sie gewährt, dass es auch garantiert biologisch hergestellt wurde. Kontrolliert und überwacht von der Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen. Der Bio-Bauer kommt für seinen Mehaufwand und für sein wesentlich grösseres Ertragsrisiko pro Liter Milch übrigens Zährappen mehr über. Ausserdem wird Biomilch separat gesammelt, transportiert und verarbeitet. Alles Anstrengungen zugunsten der naturbelassenen Produkte für unsere Kunden. Eine ganze Palette von löslichem Kaffee offerieren wir Ihnen während den nächsten 14 Tagen 1.00 bis 2.50.000 günstiger. Und zwar 5 verschiedene Varietäten von Nescafé Gold im 200-Gramm-Glas, Cappuccino, Nescafé Classic im Nachfüllbeutel und Nescoré ebenfalls im Nachfüllbeutel. Und jetzt kommt das Schönste. Zusammen mit GOP laden Nestle Sie und Ihre Familie ein, zu einem Luxus-Weekend ins Euro Disney. Mit zwei Übernachtungen in einem Erstklass-Hotel, Flug mit Air France, persönliche Begrüssung in Zürich oder Genf, Begleitung vom Flughafen um zurück und Teilnahme an den bekanntesten Veranstaltungen. Als absoluten Höhepunkt aber wird ein Familienmitglied zum Tagesstar gewählt, kann zuvorderst an der Hauptparade mitmarschieren und sein Name wird über Lautsprecher bekannt geben. Diese fantastische Reise mit Nestle ins Euro Disney kann man gewinnen. Exklusiv bei GOP. Und das nicht nur einmal, sondern insgesamt 18 Mal in den verschiedenen Regionen der Schweiz. Teilnahmeski sind jetzt in ihrem GOP laden erhältlich, dort wo die grosse Nescafé-Aktion stattfindet. Verpackungsabfall ist ein Problem, das originelle Lösungen braucht. Und eine solche Lösungen hat Omo mit dem MikroPlus den ersten Konzentratnachfüllpackung der Schweiz anzubieten. Stopp! Wie jede Woche hier noch ein paar weitere Aktionsangebote, ebenfalls zum Sparen. Ein Kilo spanische Klementine kostet bei GOP nur 1,90 Euro. Und zwei 5-Kilo-Packungen Biancomat gibt es für nur 19,80 Euro. Die Menta den C-Sensitiv-Zahnpasta, Zahnbürste und Zahnspülung kommen Sie im Multipack rüber für nur 9,20 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen die Bratpfanne mit Silverstone-Beschichtung für nur 14 Franken. Bekanntlich kann man bei diesen Aktionsangeboten im Schnitt 20 bis 25 Prozent einsparen. Es lohnt sich also regelmässig darauf zu achten. Mehr fürs Geld kommt man auch in den GOP-Restauranten rüber. Die ganze Woche gibt es dort wieder ein besonders günstiges Menü unter 10 Franken. Reikasimir mit Früchten und einem Kopfsalat offerieren wir Ihnen für 8,70 Franken. Da lohnt sich das selber kochen schon fast nicht mehr. Damit bin ich fast schon am Schluss vom heutigen GOP-Studio. Einen aktuellen Hinweis hätte ich aber noch. Ab sofort in unseren Läden gibt es wieder Fasnachtsküchli. Wir mussten ein ganzes Jahr darauf warten, also geniessen wir es. Auf Wiedersehen miteinander.